Alles ok? Ich kann nicht schlafen. Der Redakteur liest die Würfel irgendwie anders, wahrscheinlich alchemistisch. Er fügt auf jeden Fall die Schafe dazu und erhöht die Zahl der Würfel auf 10. Die Mathematikstudenten machen ein Würfelspiel. Sie ergänzen die Würfelpunkte. Die Biologin schließlich findet die Würfel in diesem Zustand. Die Biologin schließlich findet die Würfel in diesem Zustand. Die Biologin schließlich findet die Würfel in diesem Zustand. Die Biologin schließlich findet die Würfel in diesem Zustand. Vielen Dank.